Fachkräftemangel, Alterung der Gesellschaft, Zusammenbruch der Sozialsysteme. Die Folgen des demografischen Wandels werden in den Medien und der Politik intensiv diskutiert. Häufig wird die Diskussion allerdings sehr abstrakt und unverbindlich geführt. Wie sehen konkret die Lösungen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik aus? Diskutieren Sie am nordbayerischen Versicherungstag mit erstklassigen Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ihre Gesprächspartner sind unter anderem Professor Dr. Hans-Olaf Henkel, ehemaliger Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, sowie die beiden Politiker Dr. Günther Beckstein, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident und die ehemalige Bundesministerin Renate Schmidt. Zum Abschluss beantwortet Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute, die Frage, wer schützt eigentlich die Verbraucher vor den Verbraucherschützern? Der Nordbayerische Versicherungstag am 12. November um 10 Uhr in Nürnberg. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.versicherungstag.de. Am besten melden Sie sich gleich an, da die Plätze begrenzt sind. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.